So, wieder zurück hier. Wieder auf Ruidenberg. Im Fährer. Mit dem gerade gekauften Marder 2. Wird das doch schon... Muss ich mich erstmal wieder einfinden in diesen Panzer. Habe ich lange nicht gespielt. Mann, ich darf nicht, da wirst du sterben. Fahr auf, äh, K1, äh, K0, K, J0, fahr da hin. Alter, warum? Fall du dort, okay, egal. Da habe ich noch nie gespielt. Mal sehen, ob du sterben wirst. Wahrscheinlich schon. In der Stadt wirst du 100 vorsterben. Beim anderen wirst du 90% aufsicher, aber nicht 100%. Ich gebe dir einen Cookie, wenn du überlebst. Einverstanden? Dann kannst du wachsen. Das hast du auch nötig. Danke. So, na gut, dann fahre ich zurück. Alter, eine unserer Artys tut. Der Gegner Spätsens, sie hat die Artys zu Tode genannt. Mit Feuerspeed statt. Ich weiß, ich habe es gesehen. Oh, wie schlecht. Ich bleibe hier. Nein, du wirst zu sterben. Du hast keine Panzerung. Wer ist jetzt hier noch ein paar Briten-TD, okay, aber nicht da. Zumindest einen Schuss kann ich abfeuern. Wie viel Schaden mache ich? 110 im Durchschnitt. So viel ich weiß. Oh, mein Gott, 6. Oh, fuck. Oh, scheiße, jetzt kommen hier die ganzen Heavys. Ich habe es geschafft, einen Arsch von dem DW2 zu bauen. Reife Leistung, oder? Hm? Reife Leistung, oder? Ja. Mach es mal nach. Das kannst du nicht. Ich habe auch mehr Durchschnitts. Oh, nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck. Fuck my life. Fuck, fuck, fuck. Er hat mich nicht gesehen. Oh, mein Gott, wie schlecht. Okay. Alter, jetzt verkacken wir das Gefecht auch noch hier, oder was? Nein, ich mach das. Wir haben sie nicht mal angekriegt. Sterb ich. Ja, ich bounce, klar. Oh nein, nein, nein. Cool, ich bounce. Oh mein Gott, ich habe drei Kills. Ich bin gut. Oh, oh, oh. Nein, äh. Querschläger! Ich komme bei AMX nicht durch. Skill. Alter, das ist kein Skill. AMX hat auch 80 Millimeter angemischelte Panzerung bis 180 effektiv. Das ist schon eine Menge. Nein, Mathilde ist besser. Oh mein Gott. Scheiß, geh ist die da. Geh sterben. Nein! Ich wollte gerade abziehen. Ja, okay, das ist aber auch ein Pro. Nein, das ist ein Loob. Da hat sich eine Goldtarnung dafür gekauft. Das ist ja ein Idiot. Er hat sich für den Schlechtesten bei uns im Spiel der Goldtarnung gekauft. Mein Gott. Mach ihm das mal nach. So. Der Befehl Nachricht senden ist für 0,5 Sekunden gesperrt. Nein. Du sind das. Okay, das habe ich verkauft. Oh, mein Panzer sieht hier super aus. Nochmal mit dem oder mit einem anderen? Eine Schone. Ja, ich musste gerade einen Chat. Ja, schon, klar. Ist mir egal. Nimm irgendwas. Wenn du willst, machen wir halt den Marder durch. Weil der Nachfolger ist übelst, gell? Den Hetzer habe ich schon. Nein, den anderen Nachfolger. Den Marder 38 Tee. Ja, den. Okay, äh, was nicht. Okay, wieder. Äh, ich glaube, die Assassin's Creed Folge hast du schon an, hast du schon hochgeladen? Kann das sein? Welche? Mir kommt die Assassin's Creed Folge, die du gerade hochgeladen hast, bekannt vor. Echt? Ja, kann sein, dass du zumal die gleiche Folge hochgeladen hast. Auf jeden Fall ist die noch nicht auf meinem Channel. In der Sitzung. Es könnt ihr ja bewerten, ob das die gleiche Folge ist. Mir kommt sie bekannt vor. Wenn du meinst, oh. Wieder bei F3. Wo ist das? Oh nein. Ja, geh da wieder hin. Warum bist du langsam im Gefecht als ich? Weil ich keinen Plan, irgendwas in dem Ding mache. Ah, Skype und Steam ist offen. Ja, Skype ist bei mir auch offen. Ja, bloß eine 50.000er Leute. Nö. Was wir denn sagen? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall keine Kraft. Ich habe auf jeden Fall nicht die Schnellste. Und dann nicht die zweitschnellste. Aber die Zellkommar einstellst. Keine Ahnung. Erkenni, wenn ich hier gerade in die Dingsperspektive wechseln, Ruckelz. Ja, das kann man auch schalten in der Einstellung. Erfolge ich hier wieder 20. FB Erster. Ah, 30. Ich habe sie getoppt. Ich nehme auch auf. Wir dagegen gehen. mein gleichschlechtem gezielt oder ein gleichguten also nachbearbeitung an als er hat uns und auch sehr niedlich die ganze Zeit der Panzer nicht mehr das wird mal Prozent ich hab 15 FPS mehr bekommen manchmal hilft es auch wenn man die 32 mit Version vom Spiel startet und nicht die 64 bitte manchmal ein bisschen praktischer es war jetzt auch bei siehst du mit der 2 30-bit Variante hatte ich 5 FPS mit der 5 frames nicht so viel ein Jahr mit der 32 auf der ich auch LPD bei der habe ich 50 und 55 schon Unterschied ich muss nicht mehr davon sie ist mir die schöne Marder fähig treff nicht der schönen Marder Alter verarsch mich das kann doch wohl nicht sein ist heute nicht mein Glückstag na gut dann, wenn du mich jetzt verlassen musst dann sehen wir uns ja morgen jo, mal sehen Sie morgen jo, ciao muss unbedingt nicht zum Arzt, nur unnötig, aber also, frei jo, ciao hallo doch, irgendwie ist gerade ein bisschen keine Ahnung und wie ist gerade mein Aufnahmeprogramm abgeschmiert äh, ich weiß nicht woran es liegt ne, mein Aufnahmeprogramm ist nicht abgeschmiert aber mein Tonaufnahmeprogramm ist abgeschmiert das muss wehtun abholer nicht jetzt ja deswegen bin ich jetzt ein bisschen leise ich versuche extra schon ein bisschen lauter zu reden, aber keine Ahnung was jetzt gerade los ist jetzt ist irgendwie gerade der Frosch drin ich hoffe er hört mich noch äh liegt jetzt wahrscheinlich an Skype alter ich sag einfach nix mehr dann stört's auch nicht, dass ich so leise bin alter ne, ich cap jetzt oh, danke Danke. Alter. Das war's. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.